Sehr liebe Dintifax, ich erlaube mir per Videobotschaft zu antworten, weil ich auf ein paar Dinge eingehen möchte, die für viele User, glaube ich, sehr interessant sind. Ich muss kurz einmal so eine Zusammenfassung machen. Sie haben also, damit die anderen User das verstehen, weil viele werden nicht die Lust haben, sich durch diesen Konvult im Forum durchzuarbeiten. Sie haben also gewisse Beschwerden, Schwindel, Unwohlsein und so weiter, waren schon bei vielen HNOs, Zahnärzten und jetzt haben sie endlich eine Diagnose. Der Gleichgewichtsnerv ist unregelmäßig, er stellt sich im MR unterschiedlich dar und jetzt sozusagen ist eine Ursache für diese nicht immer vorhandenen Beschwerden. Sondern das kommt und geht. Und dann schreiben sie noch, naja und durch dieses relativ eindeutige Ergebnis löst sich der ganze Psycho-Hokus-Pokus und wir haben uns alle zu wenig lieb und mobben uns, docken uns und bescheißen uns den ganzen Tag. Und deswegen habe ich meine Beschwerden wie ein warmer Schaß in Luft auf und ein Smiley. Und ich werde jetzt zu diesen ganzen Dingen ein paar Dinge sagen, wobei ich das losgelöst haben möchte vom Persönlichen, weil es geht ja nicht um Persönliches. Und ich werde Ihnen sachlich auf diese Dinge argumentieren, aber manchmal auch so ein bisschen zynisch wie Sie. Wobei ich nehme Ihren Zynismus jetzt auch nicht persönlich auf, sondern mit diesen Worthülsen möchten wir Entwicklungen gut aufzeigen. Zuerst einmal sachlich, wir sind nicht symmetrisch. Das heißt, wenn Ihnen das der Kollege von der HNO nicht gesagt hat oder vom MR, dann hat er Ihnen einen ganz wichtigen Aspekt unterschlagen. Es kann sein, dass auf der einen Seite hier der Nervus Facialis dick ist, auf der anderen Seite ist er relativ dünn. Es kann sein, dass der Ischias auf der einen Seite ziemlich dick ist, auf der anderen Seite ist er dünn. Das ist so. Wir sind niemand von uns, ist symmetrisch. Aber was passiert da jetzt? Da fahrt ein Mensch, und Sie sagen, Sie sind 1200 Kilometer gefahren, sind dann 1000 Euro leichter geworden, hat ein gewisses Beschwerdebild. Und hat schon Dr. Hopping gemacht und plötzlich verknüpfe ich diese Symptome mit einer physiologischen Eigenart. Das heißt, bei jedem Menschen kann ich eine Unregelmäßigkeit finden, wenn ich will. Das beginnt schon bei der Augenstellung, das beginnt bei der Zahnstellung, das hört auf bei Rückenstellungen. Wir sind völlig asymmetrisch. Und umso genauer ich dann untersuche, umso mehr Asymmetrien werde ich natürlich finden. Und ich verknüpfe nun ein Symptombeschwerden, die ich nicht wegdiskutieren will, mit einem physiologischen Umstand und konstruiere daraus eine Diagnose. Ich schicke dann diesen Menschen noch zum befreundeten Radiologen, der dann ein hochauflösendes MR macht mit Kontrastmittel. Und weiter geht die klassische Therapiemedizin. Sie werden merken, dass alles, was Sie hier jetzt machen, dass das wieder nichts bringen wird. Nicht, weil ich Ihnen das wünsche, aber weil ich jetzt schon weiß, dass Sie wieder einem Scharlatan aufsitzen, der Ihnen nicht reinen Wein einschenkt. Und ich fahre jetzt weiter fort. Was meine ich mit nicht reinen Wein? Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel gutartige, im Schädel muss man immer sagen unter Anführungszeichen, gutartige Knochentumore. Weil auch im Schädel ein sehr langsam wachsender Knochentumor muss therapiert werden oder entfernt werden, weil natürlich das Hirn nur ein gewisses Maß an Druck verträgt und dann gibt es einfach Probleme. Aber bei denen hat man auch eine Beobachtung gemacht, dass wenn zum Beispiel der Gleichgewichtsapparat gestört wird durch sehr, sehr langsames Wachstum, dann schaltet sich derjenige Apparat, der also Probleme macht, einfach ab. Der Körper kann eine Seite abschalten oder es gibt auch Therapien, wenn zum Beispiel der Gleichgewichtsapparat spinnt, der eine, und die Menschen also einen klassischen Drehschwindel haben, dann ist das die letzte Therapie, der letzte Ausweg, dass man den einfach vom Hirn abtrennt. Das heißt, das kann der Körper entweder alleine machen oder man macht das funktionell. Das heißt, diese Erklärung, dass ihr Schwindel jetzt von einem Gleichgewichtsapparat kommt, der langsam sich verändert, dem würde ich nicht ganz glauben. Schnelle Veränderungen, wäre das jetzt zum Beispiel ein bösartiger Tumor, ein Gefäß oder irgendwas, würden dann einen klassischen Nystagmus auslösen, würden dann das Kippen zu einer Seite hin auslösen und das hätten also diese ganzen HNOs, die Sie da schon besucht haben, erkannt. Es gibt Arten von Schwindel und natürlich, der Schwindel hängt immer in einer Form mit unseren Gleichgewichtsorganen zusammen, weil das sind die Organe, die sozusagen unserem Körper melden, in welcher Position befinde ich mich im Raum. Dazu gehören hauptsächlich Gleichgewichtsorgane, aber dann natürlich auch hier Sensoren bei der Kopfstellung, weil es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt den Kopf so neige, bedeutet nicht, dass mein ganzer Körper geneigt ist. Und das kann der Körper unterscheiden, weil er merkt dann, aha, da beim Hals gab es eine Veränderung oder ich neige mich als ein Ganzer und dann weiß der Körper, aha, der Rumpf ist da mit geneigt. Das sind also viele Rezeptoren, die da beteiligt sind, aber die wichtigsten sind die Gleichgewichtsorgane. Und diese Gleichgewichtsorgane, die können zum Beispiel bei Durchblutungsstörungen, wenn ich aufstehe und der Blutdruck ändert sich, dieses klassische Schwarzwerden vor den Augen, das kann eine einfache Ursache sein, es können auch Störungen im Gleichgewichtsorgan sein. Nur, es gibt sehr viele Ursachen, die wissen wir nicht und natürlich ist aber die Ursache immer irgendwo da drinnen. Auch wenn wir es jetzt nicht wissen, wenn wir es nicht herleiten können, weil wenn das verantwortlich ist für den Gleichgewichtssinn, dann muss irgendwo dort die Ursache sein. Das ist irgendwie logisch. Da brauche ich kein Experte sein und da brauche ich nicht 1200 Kilometer hinfahren. Aber was bei Ihnen jetzt passiert ist, und jetzt bin ich bei diesem Satz, wir haben uns alle zu wenig lieb. Der Arzt, der eigentlich studiert hat, um Menschen zu helfen und der das ja alles weiß, was ihnen dauert soll, das ist ja jetzt keine Neuigkeit für den. Und ich erlebe ja sowas bei den Zähnen ja auch, da wird philosophiert, über Füllungen. Ich breche es jetzt auf die Zähne runter, weil da ist es ein bisschen einfacher. Da wird referiert und da gibt es Zirkon-Dioxid und das und man macht einen Mikrokosmos und man verarscht den Patienten bis Geld nicht mehr. Aber das Wichtigste, was wäre, dass man einen schönen Hohlenkehlenbeschliff macht, dass man die Grenzen knapp zur Gingiver hinlegt, weil dort dieser Sulkusfluid ist, dass das dann mit Liebe zementiert ist, dass das halbwegs trocken ist, dass man vielleicht ein Optra-Gate verwendet, um die Lippen wegzuhalten, ein paar rotes Vlies, um den Speichel wegzuhalten, alles Dinge, die ein bisschen halt was kosten würden, auf das scheißt man dann, sondern man redet viel herum und dann klatscht man das irgendwie ein, wenn man, ey was, na fünf Jahre wird das eh halten und dann bin ich aus der Gewährleistung draußen. So, und das ist dieses mit, wir haben uns zu wenig lieb, das ist nett. Ich weiß, dass das häufig sehr schwoll klingt, aber glauben Sie mir, ich bin kein Träumer. Ich bin auch kein Esoteriker, der irgendwas auspendelt. Ich bin ein ganzer, harter Realist und ich bin in diese Dinge sehr, sehr tief eingedrungen. Mit Büchern, arbeiten in Spitälern und das, was Sie im Endeffekt hier machen, Sie betreiben weiter ein Dr. Hopping, glauben, dass wenn Sie sich auf etwas Materielles knüpfen, dass das die Ursache sein wird. Sie wissen ja, und ich spiele jetzt den Gedanken weiter, was ist, wenn ich ein Leben lang unglücklich bin, weil ich zum Beispiel mit dem falschen Menschen zusammenlebe, aber mich halt durch Geld und Haus und Kind schon so verflochten habe, dass ich nicht die Eier habe, mich zu lösen und diesen Frust in mich die ganze Zeit hineinfresse, bis ich dann eine chronische Gastritis aufreise, bis diese chronische Gastritis durch Dr. Hopping, Medikamente und weiter in mich hineinfressen und fressen von depperten Medikamenten zu einem Magenkarzinom wird, ist dann die Ursache die, dass der Mensch sozusagen durch den Magentumor das Problem gehabt hat und dann sagt, ja, das war schon immer in der Familie, mit der Verdauung haben wir Probleme gehabt, jetzt habe ich halt den bösartigen Tumor. Oder wäre nicht die Ursache darin zu suchen, dass der einmal sich losgelöst hätte, aufgehört hätte, die Sachen in sich hinein zu fressen, sein Leben wieder gelebt hätte, einfach ins Jetzt eingetaucht wäre und vielleicht wären dann diese ganzen Symptome von alleine ganz verschwunden. Verstehen Sie, was ich meine? Sie versuchen das Pferd immer von hinten aufzuzäunen und glauben, Sie werden im Äußeren die Ursachen finden. Ah, jetzt habe ich da einen dickeren Hörnerv oder ich habe da jetzt das oder das und das ist jetzt die Ursache und es bedarf sehr, sehr viel Energie und ich habe sie aufgebracht. Ich habe nicht nach irgendwelchen Skripten gelernt, ich habe Bücher gelesen, ich bin auf Universitäten gegangen, habe mir Originalarbeiten rausgeholt, auch jetzt im Internet. Ich lese irrsinnig viel und wenn ich Ihnen sage, ich komme jetzt immer mehr zu dem Schluss, dass ich merke, die Medizin funktioniert nicht von hinten, von diesem Magentumor, sondern von vorne, von uns, wie wir eingestellt sind. Wenn wir an die Dinge herangehen, dann hat das nichts mit, wie sagen Sie, wir haben uns zu wenig lieb, Psycho-Hokus-Pokus zu tun. Nein, nur das Problem ist, wenn bei der Tür zu mir eine Frau kommt mit aufgespritzten Titten und solchen Lippen und geschminkt und Herr Doktor und ja und und ich fühle, dass es dieser Frau nicht gut geht, weil sie sie den ganzen Tag verbiegen muss, weil sie sich ihrem Körper urviel Leid zuführen muss, damit sie in der Männerwelt, weil sie hofft, in der Männerwelt eine Anerkennung zu finden. Wie soll man das dieser Frau sagen? Würde ich der sagen, du, nimm dir die Implantate aus, hör auf, dich mit Botox voll zu spritzen, finde deine Mitte und du wirst sehen, deine Verdauung und das und das wird sich bessern. Die wird sagen, na was? Nein, und das mache ich doch für mich. Mir gefällt das ja, meine Brust. Und sie sagt, na. Das ist das Problem. Es fühlt sich ja für den Menschen, der gerade in der Situation steckt, immer echt an. Für sie fühlt sich das alles als Psycho-Hokus-Pokus an, so wie für die Frau sich es echt anfühlt, dass sie sich die Titen wegen sich selber hat machen lassen. Und nur erst viele Jahre, Jahrzehnte später, kommen dann manche Menschen drauf und sind so ehrlich zu sich. Sie sagen eigentlich, was habe ich da gemacht? Ich habe eine gute Freundin, wenn ich das Thema noch, gute Freundin, die hat sich ihre Brüste in jungen Jahren mit Silikon vergrößern lassen. Und viele Jahre später hat sie es sich dann rausgenommen und wie ich sie dann gefragt habe, du, wieso hast du das nicht wieder die neue Implantate reingemacht? Ich habe sie gesagt, du weißt, irgendwie habe ich erkannt, was ich da eigentlich meinem Körper, was ich mir selber damit antue, um einen Mann zu gefallen, wie blöd ich eigentlich bin. Und sie sagte so zu mir, stell dir vor, würdest du wegen einer Frau dir deinen Schwanz länger machen lassen? Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Alles gut. Deine Erkenntnis ist interessant. Und hätte dir das jemand den jungen Jahren? Na, hör auf. Natürlich, da hätte ich gesagt, ich mache das wegen mir und diesen ganzen Humbug. Sie sehen, was ich damit meine. Es ist eine Bewusstseinsreise und man kann die Symptome von vorne betrachten oder von hinten betrachten, von dieser schulmedizinischen Sicht. Und ich bin nicht gegen die schulmedizinische Sicht. Im Gegenteil, im Internet rede ich sehr viel über Schulmedizin, aber ich versuche die Leute damit nicht zu verorschen. Ich sage zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf die Zähne hernehme, dann sage ich, du, du hast jetzt schon Karies, du hast jetzt schon Füllungen, jetzt mach kein Problem draus, mach dir jetzt einmal noch gute Füllungen, zum Beispiel Keramikinlis, Kronen, was weiß ich was, ändere dein Buttsverhalten, erkenne, dass es an dir liegt, dass du dir die Zeit nehmen musst und, und, und und vergiss dann das Zahnthema. Das ist ein klassisch schulmedizinischer Ansatz, nur schon ein erweiterter schulmedizinischer Ansatz, weil ich sage den Patienten, du, es liegt im Endeffekt in deiner Hand und ja, du musst einen Arzt suchen, der das mit Liebe macht, weil es gibt da draußen nur viele Scharlatane, die dir dann mit irgendeinem Blättsinn, so wie bei ihnen jetzt, ja, und da, da ist der, der Vestibulari ist ein bisschen verdrängt und der ist ein bisschen, ja, das ist so und all die anderen haben das gewusst, dass das so ist, dass das nie symmetrisch ist, zu dem hängt es dann auch noch von, von geringgradiger, wie man gelagert ist, ab und, 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 da gibt es so viele Faktoren, aber wir sind asymmetrisch, ja, und sehen, jetzt macht einer ein Geschäft draus, aber berichten Sie weiter und wir werden ja sehen, wer dann Recht hat. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.